Arm im Alter, auch sie kann es treffen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 22. April 2022 kam ein Artikel. Altersarmut in Deutschland steigt rasant an. Der Anteil der armutsgefährdeten Menschen in Deutschland im Alter von 65 steigt stetig an. Und zwar seit 2010 bis 2020 von ca. 12,1% auf 16,4%. Altersarmut ist vor allem für Menschen, die über 65 sind, ein ganz, ganz großes Thema. Sie können davon ausgehen, dass ungefähr ein Fünftel oder ein Viertel aller Rentenempfängerinnen und Rentenempfänger in Deutschland unterhalb der Armutsgrenze oder an der Armutsgrenze leben. Vor allem betroffen sind Menschen, die wegen Krankheit, Jobverlust oder familiärer Probleme wie Scheidung usw. eine sehr niedrige Rente bekommen. Frappierend ist vor allen Dingen, dass es Frauen trifft. Frauen haben im Unterschied zu Männern eine deutlich geringere Rente. Kann man also ungefähr sagen, dass ein Mann 1200 Euro Altersrente im Schnitt erhält, ist es bei einer Frau ca. 760 Euro. Und das ist ein unhaltbarer Zustand. Altersarmut in Deutschland ist schlicht und ergreifend ein Massenphänomen. Und wir haben es in den letzten 30 Jahren auch politisch immer noch nicht begriffen, dass wir diese Altersarmut endlich beseitigen müssen. Es ist ein Unding, dass in Deutschland Menschen, die 35, 40, 45 Jahre gearbeitet haben, eine Rente von weniger als 1200 Euro haben. Das muss beendet werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel